Ja, hallo liebe Uni-Kosmos-User, mein Name ist Katharina Fegebang, ich bin die Landesvorsitzende der Grünen und wenn euch irgendwas nicht passt in der Gesellschaft, wenn der Schuh irgendwo drückt oder ihr sagt, das ist doch alles ätzend, dann versucht euch zu engagieren. Und das geht über politische Parteien, das funktioniert über All-Profit, Non-Profit-Organisationen, über diverse Verbände oder direkt bei euch eine Ausbildungsstelle, am Studium oder in der Schule. Studentisches Engagement, Schülerengagement, überhaupt jede Form von Engagement ist toll, ist wichtig, bringt die Gesellschaft voran und ich bin mir sicher, dass ihr irgendeine gute Idee habt, wo und wie man Gesellschaft auch verändern kann und nutzt das. Macht das, nehmt alle eure Talente und geht raus und verändert was. Ja, das Personalität und hamburger ist wichtig, das ist wichtig, dass ihr красив, wie man sich kompulin können, dann vermHome, wie man sich Vielen Dank.